inzwischen sequenzen sind halt schon lange ich habe schon wieder eine halbe Stunde her dass ich mich bewegen konnte zusammen was bis jetzt passiert ist ja also in der schule haben wir uns dann mit diesen zwei mädels angefreundet und wir gehen jetzt zusammen nach hause und das vorher also vor der schule da in so ein typ der wollte anscheinend mit jüdiger ausgehen und wurde natürlich absolviert sie sagt dass diese stadt für gefärbte kleidung und pottery ist deswegen will ich eigentlich nicht alles übersetzen ich weiß was pottery ist aber ich weiß jetzt nicht das deutsche wort dazu Töpfer Töpfern unsere Topf Töpfer Utensilien sind irgendwie berühmt ist Lip Inaba, Yukikos Familie betreibt es. So, aber da hier nichts steht, werde ich wahrscheinlich auch keine falsche Antwort geben können. So, aber ich werde mal Netzheim sagen, ich denke schon, ja? Ja, ich wusste es! Komm schon, nicht wieder zu Beginn. Sie ist wirklich populär in der Schule, aber sie hat niemals einen Freund. Kind of weird, hm? Komm schon, stop es! Du musst nicht glauben, okay? Es ist nicht wahr, dass ich populär oder dass ich nie einen Freund habe. Und ein bisschen schüchtern, klein er anscheinend. Sorry, sorry, aber das ist unsere Chance zu sprechen mit jemandem aus der großen Stadt, und du hast gar nicht gesagt eine Worte. Hey, was ist das? Und dann hat eine Schülerin etwas entdeckt, das auf der Antenne eines Dachs. Die, die es gehangen hat. Also, ich denke, es ist das terrifying. Ich kann nicht glauben, dass ein tot Körper hier oben ist. Warte, was hat sie gerade gesagt? Ein totes Körper? Oh. Da ist doch unsere... Da ist doch der jüngere Bruder unserer Mutter. Hey, was machst du hier? Du bist nur passend bei. Aber Sie drei sollten wirklich aufhören und direkt nach Hause gehen. Wie lange wirst du als Räuber sein? Willst du zurück zum Zentraloffizieren? Entschuldigung. Geh auf dein Gesicht. Wir gehen rund um und informieren. Okay, hier teilen wir uns und wir sehen uns morgen. Du beschließt, gerade nach Hause zu gehen. Ich wüsste nicht, wenn er so viel Arbeit hat. Hier wird in den Nachrichten gezeigt, was wir vorher schon gesehen haben. So, jetzt sehen wir auch, wer der tote Körper war. Es war die verschwundene Reporterin. Die initialen Resultate der Inaba-Police-Departementen-Investigation haben sich gezeigt. Die Inaba-Police-Departement, das ist, wo der Vater arbeitet. Schönen wir mal, das wird alles Gutes sehen. Die Todesursache ist noch unklar. Die Polizisten untersuchen gerade, ob es denn ein Unfall oder ein Selbstmord war. Der Nebel hält sich von der Untersuchung ab und die Untersuchungen werden bis morgen verschwommen. 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 Oh, es ist Juness. A Juness, allen Tag ist Customer Appreciation Day. Komm mal sehen uns, und noble聯issimo mit unseren Produkten. das selbe singen werde ich nicht sagen wir mal ob sie denn dass sie ein guter singe ist gute sängerin die fürchterliche geschichte vergessen ist doch schön jetzt können wir uns wieder bewegen für zwei minuten so können wir wieder ein bisschen essen stellen nein nichts gibt es auch nicht zum es machen speichern wir lieber mal der grund eigentlich warum ich fortlaufende volk mache ist eben wegen das hier gab es jetzt eine praktisch eine 20 minütige zwischen sequenz und oder vielleicht sogar länger weiß nicht und da kann ich nicht einfach aufhören mit mitten im gespräch versteht ihr deswegen mache ich einfach fortwährend erfolgen ihr tired von adapting to a new environment rest in your room okay dann schlafen wir gleich ich glaube es sollte nicht im rad fahren endlich entscheiden wir uns ihnen zu helfen endlich entscheiden wir uns ihnen zu helfen also die die Schön, dich kennenzulernen, so. Stimmen wir ihm mal zu. Wir sollen mit ihm aufs Rad steigen, obwohl ich schon gesehen habe, dass er einen zwei aufeinandervollen Tag im Unfall hatte. Okay. Okay. Weil ich hier aufgepasst habe, ist unser Wissen gestiegen. Obwohl er uns eigentlich nur beschimpft hat. Aber egal. Unser Wissen ist gestiegen. Und anscheinend jetzt wieder nur Zwischensequenzen. Stehen wir mal zu. Oh. Wow. What about me, huh? No apologies. Uh, my trial of the dragon. You always come around when I'm talking about food. How about it, Yukiko? Das könnte vielleicht auch wichtig sein, äh, na, Joske hat uns zum Essen eingeladen, dann ist Gia hierher gekommen und verlangt auch eine Entschuldigung für ihre DVD Trial of the Dragon. Dann hat sie Yukiko eingeladen, sie verzichtet aber, da sie, äh, bei, bei ihnen in der Familie, also im Gasthaus, helfen muss. Oh, well. We should get going, too. Huh? Do I seriously have to treat two people? This is the cheap place you were talking about? They don't have grilled steak here. Yeah, well, once you hopped on the freeloader train, I had to change my plans. Still, that's no reason to take us to your place. Dude, this isn't my place or anything. Oh, right. I haven't told you yet, huh? I moved here from another city about six months back. Auch vielleicht wichtig, äh, Joske ist vor sechs Monaten auch erst hierher gezogen, weil sein Vater hier diesen Laden, äh, managt, den man gerade eröffnet hat. Und so ist die ganze Familie hierher gekommen. Hier. This is to welcome you to town. Saranaga, yours is on me, too. Yeah, I know. It's only been half a year since this place opened up, but I haven't been to the local shopping district much since. A lot of stores there started closing and... Oh, um, um... Ja, sie sagt, äh, dieses, äh, dieses, äh, dieses, ja, dieses Junes, also, ich sag mal, Einkaufscenter, hat erst vor sechs Jahren geöffnet und der zentrale Shopping, also die Einkaufsstraße ist seitdem ziemlich arm. Viele Läden schließen dort schon. You can't blame it all on Junes, can you? Frag mich mal, ob sie seine Freundin ist. Ihre Familie betreibt einen Alkohol-Laden in der Einkaufsstraße, Einkaufsviertel, sie arbeitiert Halbzeit. Hey, how's it going? You look beat. Hey, I'm finally on break. What's up, Ana-chan? Boosting the family business by bringing your friends here? Madam, you wound me. Kidding aside, you look down. Did something happen? Oh, it's nothing. I'm just a little tired. Hey, if you need to talk, I'm always willing to listen. I... I'm okay. Thanks, though. Ugh, why'd I leave school early yesterday? Hey, is he the kid who transferred here? Are you the transfer student? Oh, did you hear about me already? It must be nice to have someone else from the big city to talk to. I don't see Hana-chan hanging out with the other guys much. Not necessarily. He doesn't have too many friends. So I hope you two get along good. But... Hana-chan's a good guy, but he can get nosy sometimes. You gotta tell him right to his face when he starts to annoy you. Uh... Kurze, zur Zusammenfassung... Uh... Joska hat anscheinend ihn stand auf sie und... Dann hat sie uns bemerkt, ist untergegangen und... Sie sagt halt, wir sollten sich mit ihm befreunden, weil so viele Freunde hatte nicht bla bla bla. Und da kann man nervig sein. Und jetzt kommt die Antwort dazu. Nah, he's a great guy. Ja, he ist echt großartig okay. I know. I'm just kidding. Come on, Senpai. There's no need to worry about something like that. Well, my break's just about over. Back to work I go. Later. Oh, Senpai? Saki-senpai says I'm annoying, but she's even nosier than me. She has a younger brother, and she treats me pretty much the same way. Oh, you don't want her treating you like a brother, huh? Oh, I get it. So that's how it is. The daughter of a local family-run liquor store, and the scion of the invading chain. The flame of forbidden love. Dude, it's not like that. Oh, really? Well, I know just the thing to cheer up that lovesick heart. Hast du jemals vom Mitternachtskanal gehört? Du sollst im abgedrehten Fernseher alleine exakt um Mitternacht, wenn es regnet, hineinsehen. Während du dein eigenes Bild siehst im Fernseher, wird eine andere Person im Bildschirm erscheinen. Und sie sagen, diese Person ist deine Seelenverwandte. Oder sein Seelenverwandt, ja. Ja. For a second I thought you were actually going to say something useful. How can you get all excited over such a childish urban legend like that? Childish, huh? You don't believe it, do you? Of course I don't. Well, it's raining tonight. Let's all try it out. Then you'll see. Try it out? Wait, you haven't even tried it yourself? Wow. I'm trying to remember the last time I heard something this stupid. All that aside. You know that incident yesterday? You guys think it was murder? Hmm. What if the culprit behind it was still lurking around? Hehehehe. Shush. You shouldn't joke about stuff like that. Now who's the childish one? All I am saying is, you guys better try it out tonight. Yeah. Und jetzt wurde vorgeschlagen, dass wir alle drei es heute Abend, weil es regnet heute Abend, es probieren sollten. Evening. Ein weiteres Essen mit Nanako alleine. Seien wir mal, sie sollte sich keine Sorgen machen. Bisschen aufmuntern. Yeah. Oh, er ist nach Hause! What a day! I'm back. Did anything happen while I was out? No. You're late again. I'm sorry. I'm busy at work. Can you put the news on for me? Next. More details in the developing story on the incident in Fagi Inaba. Announceor Mayumi Yamano's dead body was found hanging above a house in this isolated rural town. It is confirmed that Miss Yamano had been involved in an affair with Taro Namatame. The husband of the 8th singer, Misuzu Hiragi. The husband of the 8th singer, Misuzu Hiragi. Also, dass der tote Körper eben dieser Yamano gehört. Und... Ja. Ja. Und das... Ja. Er ist befürchtet, dass vielleicht diese Affäre etwas zu tun hat mit dem Mord. Er... 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 Was killed on a foggy day? Huh? She was killed? Oh, uh, so did you see anyone suspicious around here? No, not really. We heard that you found it when you left school early. Did you have some personal business to take care of? Huh? That's... Wenn du genau hinsiehst, endet sie dich an Saki Konishi. Josuke Senpai. Also, für alle, die das nicht verstehen, ein Senpai ist immer... Wie soll ich das erklären? So was wie eine... Ich will jetzt nicht sagen, jemand, der ein Überein steht, sondern... Es ist schwer zu sagen. Okay. Geben wir dieses Beispiel. Ein Sechsklässler ist für den Fünftklässler ein Senpai. Auch, ja. Also, jemand, der schon mehr Erfahrung hat. Ja, das hört sich gut an. Jemand, der mehr Erfahrung in etwas hat, das man selbst auch macht. Ja. A tragedy that occurred near the local shopping district. Many store owners are raising concerns about losing customers as a result. Hm. If they lose more customers, it'll be because you're making such a stink about it. It really is a bizarre case, isn't it? I mean, hanging someone upside down from an antenna. I'd have to say it's a warning, or a sign from the culprit. Yes, but so far, no one has come forward to take credit for the crime. Oh, loads of prank calls, though. So, the cause of death is still unknown, and they don't have a single suspect yet? Taxpayers funds are going to a police force, who can't even figure out if this is an accident or a homicide. We'll be right back after these messages. At Juness. Every day is customer appreciation day. Come see for yourself, and get in touch with our products. Every day is great at your Juness. Every day is great at your Juness. Hey, Dad, can we go to Juness together sometime? Ja, ja, schnarchen. No? Jeez. So. Ich glaube, für eine Aufnahmesession habe ich jetzt genug. Auch wenn es den Weg der Spielzeit nur zwei Tage waren. Also, echte Spielzeit. Also, wo ich steuern kann, wann ist, glaube ich, sowieso nur zwei Minuten. Wenn es hochkommt. Hier habe ich mich ein bisschen bewegt, dann gab es ja noch eine Traumsequenz. Ansonsten war da nichts. So, aber laut Speicherstand habe ich jetzt schon fast eine anderthalb Stunden gespielt. Wenn ich noch mehr mache, wird vielleicht die Fassplatte voll und dann würde mir etwas fehlen. Deswegen würde ich sagen, dass ich hier mal Schluss mache. Diese Folgen mal Ränder und ja, und dann mal sehen. Deswegen, also falls das Video noch noch nicht vorbei ist, dann wird es gleich weitergehen. Aber falls schon, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es freut euch. schreibt in die Kommentare, wie ihr euch gespielt, denn bis jetzt gefällt. Wahrscheinlich jetzt noch nicht so, weil es gab ja nur Zwischensequenzen, aber es wird sich schon noch entfalten. Ja, also, falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch oder lasst ein Abo da. Viel Spaß noch. Tschüss.